Musik Willst du mich wieder sehen? Ja, ich will. Ich sehne mich danach, Tag und Nacht, zu jeder Stunde. Dann komm aufs Falsch. Ja, ich komme. Verachtet mir die meisten nicht und ehrt mir Ihre Kunst. So, okay. Also das ist, was ich in dem Museum da habe. Beziehungsweise ich habe es geschenkt, dem Ort. Ich habe viel am Grand Theatro del Liceo in Barcelona gesungen. Das waren die Meistersinger, wo ich Ehrenmitglied der Staatsober Wien geworden bin. Unten ist AIDA. Das war damals auch mit Marcel noch. Und da hat der Paparotti und ich gesungen. Und andere natürlich auch. Schön ist auch der, von Gustav Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen an der Staatsober Wien. Ich habe gesungen und der Nureviev hat getanzt dazu. Und am Schluss haben wir ihn auf den Armen so gehalten. Und das ist fotografiert worden. Und dann hat irgendjemand später ein Buch gemacht über den Nureviev. Gibt es ja viele. Und ich habe das Negativ dem gegeben, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, schade. Das ist blöd. Wie hat denn überhaupt Ihre Karriere an der Wiener Staatsoper begonnen? Die erste Vorstellung war mit dem Mario del Monaco. Die fast tödlich war. Die war fast tödlich, ja. Wie war die Geschichte mit dem Mario del Monaco? Was ist da genau passiert? Er hat das, er muss mich ja umbringen, den Silvio, nicht? Also das Messer. Und er hat nicht draufgedrückt und das Messer stehen geblieben. Das verschwindet ja sonst in der Scheide. Und das hat er mir da reingerannt. Ich war grün, blau, violett, alles. Er war eigentlich ein Saubmärer. Komm. Ein glänzender Sänger. Unglaublich guter Sänger. Und dann ist er so gegangen. Ich meine, er hat da das große, goldene Kreuz da gehabt und so. Ma che fai, io sono Mario, non di mendicare io. Ja, also, gut. Und dann habe ich sofort Papier von Sevilla, das war auch, ich glaube, das war 1972 im Dezember, weiß ich nicht mehr wann, und habe mich erdreistet, die Cabardine auf Italienisch zu singen. Applaus hat gar nicht aufgehört. Hat nicht aufgehört. Die haben Grün und Bravo, das gibt es gar nicht. Die konnte jetzt nicht sagen, das war der längste Beifall, den sie erlebt hat. Und draußen, der Direktor dann, eh schon ein bisschen anschechert, hat geschimpft und sagt, ja, was haben Sie da gemacht, das geht doch nicht, was Sie machen. Aber ich habe sie schon im Vertrag. Hier sind kleinere Plakate von der Metropolitan, die Arabella zum Beispiel, Otto Schenkert inszeniert. War auch eine Filmproduktion. War auch eine Filmproduktion. Und du wirst mein Gebieter sein, und ich dir unterteile. Dein Haus wird mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. So gebe ich dich dir auf Zeit und Ewigkeit. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Und du wirst mein Haus sein, in deinem Grab will ich jetzt hier begraben sein. Parzival wurde auch eine Filmproduktion. Die Plakate sind sehr interessant, nämlich viel höher, nur passen sie da nicht rein. Aber Salome war die Inszenierung. Eva Marton aus Ungarn hat die Salome gesungen und Jürgen Rose ein wunderschönes Bühnenbild gemacht. Lenhoff, mittlerweile tot, hat die Inszenierung gemacht. Hierzu ein Plakat der 77, 78 entstanden. Scholti hat dirigiert, die Kirite Kanawa, die Maori-Prinzessin, die sehr hübsche, hat den Sopran gesungen und ich war die Baritonrolle. Eine Lieblingspartnerin? Die habe ich sehr gern gehabt, immer, und sie mich auch. So weit kann ich gehen, ja. Und die hat zur Hochzeit von Prinz Charles gesungen und wurde deswegen zur Dame Kirite Kanawa geadelt, ja. Hier habe ich etwas nicht Uninteressantes, Don Carlo. Ich durfte ja nur in Amerika deutsche Opern singen, russische vielleicht auch, französische auch, aber nicht italienische. Dann habe ich zu dem Jimmy Levine gesagt, pass auf Jimmy, du musst jetzt mir erlauben, dass ich endlich dort auch italienisch singe. Und das hat er mir dann gestartet, hat er gesagt, Berndl, you got to do something. Und dann wurde ich zu einer Korrepetitorin von ihm geschickt und da habe ich vier Wochen lang das gelernt, was ich bis dahin stimmlich nicht konnte, von der Technik her. Sie hat mir etwas beigebracht, was ich in meinem neuesten Buch auch noch einmal beschreibe, nämlich den Vokalausgleich. Das Allerwichtigste, was man wissen muss, damit eine Stimme gut funktioniert. Das hat mir damals der James Lyon beibringen lassen und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Ich habe dann in Zukunft nur noch eben mit diesem Können gesungen. Hätten Sie insgesamt gern mehr italienisch gesungen? Ja, selbstverständlich. Mich hat immer der gute Barbarotti gesagt, ma perché fai questo Wagner, con la voce tua, dovresti fare il repertorio italiano caro. Dann habe ich gesagt, du, die nehmen mich ja nicht. Ma dai, non è possibile. Und dann hat er mich mitgenommen nach Paris und dort haben wir Elisir D'Amore. Ich habe ja mit ihm auch sonst wo italienisch gesungen. Und das muss ich leider sagen, ich wurde jeden Abend ausgebuht. Der Barbarotti hat mich groß angeschaut und gesagt, ma cosa questo, sage ich. Noi abbiamo persa la guerra. Wir haben den Krieg verloren, verstehst du, das ist der Grund. Und dann hat er die drei Tenöre gegründet. Und mit mir wollte er eine Welt-Tournee machen und die ist halt dann ins Wasser gefallen. Gut. Hier gehen wir weiter. Da haben wir den Meistersinger von Nürnberg. Ich meine, ich habe ja nun 163 Mal den Sax gesungen auf der ganzen Welt natürlich. Das ist eine Produktion an der Covent Garden Opera mit mir. Hier eine Produktion beim Maggio Musicale in Florenz, die der Subin Meta dirigierte. Hat er sich später nicht mehr erinnert an und hat gesagt, Subin, du hast das doch schon gemacht. Wo habe ich das gemacht? Da habe ich gesagt, nein, mit mir zusammen in Florenz. Ah, das hat er schon vergessen. Wie war das Sax für Sie? Das ist ja eine stimmlich enorm fordernde Rolle, die auch gefürchtet ist. Natürlich, aber das ist wie bei der Olympiade. Du musst einfach hingehen und jeden Tag trainieren. Also körperlich trainieren, sonst geht es ja nicht. Körperlich, stimmlich ist das wenigste. Stimmlich ist die Frage nicht. Sondern der Körper ist das Instrument, wie ich auch das immer wieder in meinem neuen Buch auch wieder beschreibe. Das hier muss trainiert werden. Jetzt zeigen wir nochmal, was auf, reindrücken, drücken Sie rein. Ganz fest, ganz fest. Ganz fest, noch fester. Demuskulatur muss trainiert werden. Jetzt wissen Sie alle und können singen. Oh, wie ich forschend blick in Stadt und Weltkronik. Den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut. Die Leute sich quälen und schinden in unglückseliger Wut. Die Leute sich quälen und schinden in unglückseliger Wut. Wenn er sich wühlt in sein Gräfleisch. Wenn du lustst, sich zu erzeigen. Ein sozusagen ewig gestriges Thema, mit dem Sie aber immer wieder konfrontiert waren und sind, ist Richard Wagner und der Antisemitismus. Die oft kommunizierte Kurzform lautet, Wagner war Judenhasser und hat für den Nationalsozialismus den Boden bereitet. Daher muss man ihm misstrauen und seine Werke irgendwie stigmatisieren oder durch politisch korrekte Botschaften unterlaufen. Sie haben zu dieser Thematik ja sehr viel recherchiert und auch einiges veröffentlicht. Wagner war zweifellos ein Revolutionär und seine Äußerungen über die Juden waren auch alles andere als schön. Was wollte er aus Ihrer Sicht? Also jetzt, was Sie jetzt gerade sagen, mit den Äußerungen gegen Juden. Ich habe jetzt gerade, weil das Karl Marx ja war oder ist noch, habe ich durchgelesen, es ist ganz genau das Gleiche, was der Karl Marx gesagt hat. Also es geht um das 19. Jahrhundert, nicht um das 20. und auch sogar nicht um das 21. Und es ist immer wissenschaftlich falsch, etwas, was heute eine bestimmte Bedeutung hat, auf das 19. Jahrhundert zurückzuverlegen. Das ist wissenschaftlich nicht gegeben. Als etwa 1812 die Juden hier das Bürgerrecht bekamen, sagen beide und sagen auch andere, auch Schopenhauer und so weiter, die sagen eben, dann haben die sich sofort eigentlich so ausgebreitet und andere zur Seite gedrückt. Und das war ungustiös für die andere Bevölkerung. Und Karl Marx schreibt es so und Wagner schreibt es auch so. Und Wagner war aber, im Unterschied zu allen anderen, umgeben von sehr intimen jüdischen Freunden. Und die haben ihm, nachdem sie mit ihm darüber geredet haben, haben sie gesagt, ja das stimmt, lass uns wiedergeboren werden im buddhistischen Sinne. Alle zusammen untergehen und wiedergeboren werden. Und dann sind wir gleich. Dann sind wir alle gleich. Ob du Jude bist oder nicht bist, ist dann wurscht. Oder Moslem oder es ist wurscht. Also diese Idee, dass alle Menschen gleich sind, die in ökonomischer Sicht oder kapitalistische Kritik der Karl Marx dann geschrieben hat, das wollte der Wagner eben im ideellen Sinn, im wissenschaftlichen Sinn, im geistigen Sinn. Und deswegen hat er den Buddhismus hier benutzt. Und er hat ja auch zwei Opern, bisher nur als Texte dann, also bis dahin als Texte, geschrieben. Die erste Oper mit buddhistischem Inhalt, mit der Erlösung durch Liebe, wäre die Oper gewesen, Jesus von Nazareth. Und die zweite, in der die Hauptrolle schon der Buddha spielt, die heißt Die Sieger, und alle anderen Figuren eben aus dem buddhistischen kommen und auch die Wiedergeburt durch Liebe beinhalten. Und Erlösung, das ist ganz wichtig, das hat er dann genommen für den Parsifal, wo auch eben die Erlösung des Erlösers sogar die Rolle spielt. Und das muss man wissen. Der Wagner war begeistert von der Idee, dass auch die Juden bei uns zusammen mit Nichtjuden, mit den Goyim zusammen erlöst werden sollen, um eine neue Menschheit zu sein. Und das hat der Hitler ja nicht, überhaupt nicht verstanden. Das ist logisch. Also es ging nicht um die Ausrottung einer Rasse, sondern um die Überwindung eines bestimmten Verhaltens. So wie manche von uns sagen, wenn die Muslime so weitermachen und eben nicht säkularisieren, dass sie sagen, die Religion diktiert, was wir in der Politik machen, dann ist das genauso falsch. Man muss Religion von der Politik trennen. Und das war der Wunsch von Wagner auch. Deswegen war er auch revolutionär. Er wollte keine Obrigkeit haben. Also den Hitler hätte er überhaupt nicht leiden können. Da wäre er wahrscheinlich auch in die Schweiz, wenn er den keiner gelernt hätte. Denn er wurde ja verfolgt. Und darauf bin ich noch einmal eingegangen, weil auf Dauer, das lange Leben meines, wo ich immer wieder mit Wagner zu tun hatte, mit seinen Opern, mit den Meistersingern von mir und so, Hans Sachs, da habe ich schon persönlich auch sehr darunter gelitten, auf der Bühne maximales und bestes geben zu dürfen, zu müssen und im Hintergrund immer den Hitler im Rucksack dabei habe. Das ist nichts, das kann man nicht aushalten. Ich habe dann aufgehört. Das ist nichts, das kann man nicht aushalten. Das ist nichts, das ist nichts, das kann man nicht aushalten. Das ist nichts, das kann man nicht aushalten. Eine neue Publikation von Ihnen befasst sich mit Wagner. Im Sinne des Titels Revolutionär und Mystiker belegen Sie anhand von sehr eindrucksvollen Zitaten Richard Wagners mystische Weltsicht. Und unter anderem ist hier eine ziemlich vernichtende Kritik an den christlichen Kirchen zu lesen. Wenn ich da zitieren darf, das Christentum habe kein freudiges, selbstbewusstes, irdisches Dasein geprägt, sondern den sich selbstverachtenden, schuldbewussten Menschen in einen ekelhaften Kerker eingeschlossen, um ihm postmordem ein Himmelreich zu versprechen. Teilen Sie diese Kritik? Und was wäre die Alternative? Die Suche nach mystischen Erfahrungen im Hier und Jetzt statt dem Vertrösten auf ein Jenseits? Also das Christentum hat das nicht, was ich zum Beispiel festgestellt habe in einem buddhistischen Kloster südlich von Tokio mit den dortigen Mönchen. So zum Beispiel muss ich dann sagen, ich habe die glücklich gefunden. Nicht kniefällig und das mea culpa, das haben die nicht. Das Christentum hat gesagt, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Warum ist denn jemand schuld? Weil er geboren wird? Ist das ein Blödsinn. Wenn jemand geboren ist, ist er auch nicht schuld, dass er auf der Welt ist. Der Buddhismus sagt zwar, es ist Wiedergeburt, aber das Christentum gibt die Erbsünde. Wozu? Das ist mir unverständlich. Was der Wagner hier gedacht hat oder sogar niedergedeckt hat, kann ich in diesem Sinn unterschreiben. Die Mönche sind ein bisschen anders oder die Schwestern, die in den Klöstern sind, das Ora et Labora, die haben schon freudige Gesichter, aber sie leiden auch, weil sie sich permanent entschuldigen müssen für das, was sie nicht getan haben. Und das passt nicht, sondern das Glück soll kommen in Freude, dass mir alles, was ich nicht getan habe, verziehen ist, von hier schon erziehen ist und nicht in einer Ewigkeit. Was die Bedeutung der Religion anlangt, spüren Sie diesbezüglich mit Richard Wagner so etwas wie eine Seelenverwandtschaft? Ja, schon. Ich meine, ich habe mich ja auch immer bemüht um Verständnis zwischen Kulturen, deswegen war ich ja immer unterwegs. Ich habe auch eine kulturelle Kompetenz, ich kann mich einordnen in andere Mentalitäten, das ist das Wichtige. Und ich wünschte mir, dass auch andere Mentalitäten uns mental, zum Beispiel jetzt heute sind wir im Boden Mais, der eine, das ist interessant, der eine Bedienstete dort ist aus Syrien. Er hat nicht eineinhalb Jahre in Deutschland, er hat nicht nur unglaublich gut Deutsch gelernt, sondern das Erste, was er mir sagte, er sagte, wissen Sie, ich will ja nicht nur die Sprache, ich wollte ja nicht nur die Sprache lernen, sondern ihre Mentalität auch lernen. Und das kann der. Hochachtung, Chapeau. Und diese Leute wünsche ich mir, weil ich das auch mache. Wenn ich in anderen Ländern bin, versuche ich mich sofort zu integrieren. Ich war nicht in Italien, um dort Schweinshaxen zu essen, sondern dort esse ich Risonero oder irgendwas. Ich bin mit den Bühnenarbeitern zusammen in der Kantine, das ist mir wichtig, ja, oder in Amerika oder in England. Ich bin überall dann zu Hause, ich bin ein Weltbürger. Und ich bin überall dann, ich bin überall dann, ich bin überall dann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wagner hat ihre Karriere als Sänger zweifellos sehr, sehr stark geprägt. Er beschäftigt sich auch heute noch als Autor. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Wagner-Universum? Jeder von uns Musikern, insbesondere die großen Kollegen, die großen Komponisten seinerzeit, Verdi war ein Fan von Wagner, die haben gesehen, dass er eine neue Einführung, eine neue Kompositionstechnik entwickelt hat, nämlich die arienfreie Komposition, die durchkomponierte. Und immer wieder wird festgestellt, dass die Musik von ihm unfassbar tief zu Herzen geht. Zum Beispiel bei Parsifal habe ich selbst erlebt in Bayreuth, habe ich zwar nicht gesungen gerade da, sondern von der Seite zugeschaut. Da war der Simon Estes auf der Bühne als Amfortas. Und auf der Seitenbühne hat jemand zugeschaut und plötzlich geschrien vor Erlösung. Dem sind die Schmerzen weggegangen im Augenblick. Also es ist eine Therapie. Diese Musik ist eine unglaubliche Therapie für psychosomatische oder psychiatrisch Kranke, weil sie Erlösung ist. Nicht jedes Stück vielleicht, aber Parsifal besonders. Und beim Meistersingern überwiegt die Freude natürlich. Bei Parsifal ist es das Mitleiden. Und die Mitleidensfähigkeit wird von ihm musikalisch dargestellt. Und die Mitleidensfähigkeit wird von ihm besiegt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe diese Leute, zum Beispiel Boulets, sprechen lassen über Parsifal. Und die sind alle meiner Meinung, oder ich bin deren Meinung, wenn ich sage, das ist unglaublich große Kompositionstechnik. Und der Erfolg, wenn man nur jetzt die Musik nimmt und den Gesang von ihm, ist auch über die Jahrhunderte jetzt immer ein sehr großer gewesen. Oder man sagt, on is waki mal i pense. Man geht schon hinein und sagt, ich kann das nicht leiden, ich mag lieber, was weiß ich, eine Komposition, neun Töner oder so irgendwas. Das gibt es die Leute, ja. Dieses hier ist ein Geschenk des Bühnenbildners vom Werner Herzog. Dem habe ich eine Produktion vermittelt, vom fliegenden Holländer, wo ich auch gesungen habe in München. Und zum Dank hat er mich gemalt und da habe ich gesagt, wo soll ich das hinhängen? Und jetzt hängt es da herin. Weil das hört man ja nicht so aus, sowas. Den Holländer haben Sie aber nicht so oft gesungen. Nein. Und zwar, da gibt es Gründe. Der fliegende Holländer, der Monolog am Anfang, ist pianissimo im Orchester. Zwei P, pianissimo. Jeder Dirigent macht ein fortissimo daraus. Und das liegt mir nicht, sondern der Rest Holländer. Ich habe jedes Mal beim Monolog am Anfang, versage ich, weil ich das, ich, die Tiefe nicht, die Tieftraumatik habe ich nicht, ja. Das muss dann irgendjemand anderes, es gibt ja andere Leute, die diese metallischen Stimmen haben, die können das machen. Aber es wird immer, immer falsch gemacht. Und da habe ich auch eine Rarität. Der Domingo hat mir, weil ich sowas nicht gehabt habe, hat er geglaubt wahrscheinlich, einen Klavierauszug, einen besonderen Geschenk vom fliegenden Holländer. So, nur der gedruckt ist drauf, der fliegende Höllander, Höllander. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, du, das ist ein Falschfilm. Give it back to me, come on, give it back to me. Wir reden Englisch, weil ich nicht Spanisch kann, und er will nicht Italienisch reden, also reden wir Englisch. Da habe ich gesagt, na, das ist Rarität, I keep it, I have to keep it, habe ich gesagt. Dieses Blatt ist eine Kopie, das heißt, ich habe das Original, Kopie des Originales, vom Faximile, von den Meistersängern von Nürnberg. Das ist der Bernd Weigl aus Hans Sachs. Der steht in Bayreuth, aber den kann ich nicht einer tun, ich habe ihn auch nicht gekauft. Diesen Helikopter habe ich als fliegenden Holländer getauft. Das war die Verbindung zwischen Bayreuth und Hof, oder ein bisschen weiter noch. Dieser Sessel war der Sessel Richard Wagners. Und als es eine neue Bestuhlung gegeben hat in Bayreuth, hat mir der Wolfgang Wagner, der Enkel von Richard Wagner, diesen Stuhl geschenkt. Der Hammer ist ein silberner Hammer, der mir den geschenkt hat. Er hat gesagt, pass auf, ich schaue, mein Großvater hat besessen von dem Original Hans Sachs das Geschirr. Dann haben sie festgestellt, die Amerikaner haben das mitgenommen, sonst hätte er mir das geschenkt. Ist die Erinnerungen an Bayreuth insgesamt gut? Naja, wo ich da war, sicher, die waren immer schön. Weil ich habe viel erlebt, ich habe viele Leute kennengelernt und wir haben gute Musik gemacht, hervorragende Orchester, großartige Dirigenten. Und dann 96, von 62 bis 96 war ich dort. Und wie ich gemerkt habe, dass dann schon die jungen Mädchen sind gekommen, Autogramm, und da haben sie dann gesagt, und schöne Grüße von meiner Omi. Da habe ich gesagt, also wenn die Omi mich auch schon so um die Autogramme, da muss ich gehen. Und dann bin ich gegangen. Im Tannhäuser gab es an der Metti einmal eine Geschichte mit einem unerwarteten Luftballon. Ja, ja, natürlich. Was ist da genau passiert? Na ja, ich war am Schluss auf der Bühne und habe dann den Denkstag gesungen. Hinter mir ist wohlgenährt und frisch rasiert der Kassili als Tenor von Rogen zurückgekommen. Das musst du dir schon mal vorstellen, wie so einer ausschaut, wenn er da so liegt. Und ich habe dann auch den Abendstern gesungen. Und ich drehe mich um nach dem Abendstern, drehe mich um und da steht hinter mir an einem Schnirrl noch ein blauer Luftballon in der Luft. Jetzt, was mache ich? Jetzt war absolut Stille. Andachtsvolle Stille. Andachtsvolle Stille. Hier oben sind Solo-Liederplatten. Das ist sehr interessant hier unten. Der liebe Freund Martin Haselböck hat also entdeckt den Cantico di San Francesco, den Gesang von San Franziskus. Und wir haben die Uraufführung gemacht. Das ist eine Rarität. Das hat ein sehr guter Sänger gemalt, ein Amerikaner, ist eine Rödel-Zeichnung, der lebt schon lange nicht mehr. Er war sehr gut als Tenor und sehr gut als Maler. Das ist auch interessant. Wagner liest Berlioz Lieder auf einer Platte. Und zwar französische Lieder von Wagner. Wir haben oft selten Raritäten ausgegraben, der Pianist und ich. Weiß, das hat es nicht gegeben. Und die haben wir auch alle verfilmt. Beim NDR haben wir die verfilmt. Im Freien. Ich habe also in Bayreuth, im Hofgarten hinten, List-Lieder und Richard-Wagner-Lieder verfilmt. Oder ich habe das italienische Liederbuch in Italien verfilmt, Außenaufnahmen. Das Spanische in Spanien. Lauter solche Sachen. Und willst du deinen liebsten Sternen sehen, so trage nicht dein Haar gelockt, du Handel. Lass von den Schultern frei sie niederwillen. Wie Felden sehen sie aus vom purem Golden. Wie goldene Fäden, die der Wind bewegt. Schön sind die Haare, schön ist, die sie strengt. Antonius so predigt, die Kirche fiend wenig. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlammigt den Schwänzen im Sonnenschein glänzen. Im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Predigt geendet ein jeder, was sie geschwändet. Die Fische bleiben lieben, die Haare viel lieben. Die Predigt hat fallen, sie bleiben wie Almen. Die Krebs gehen zurück, die Stockfisch bleiben dicke. Die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat fallen, sie bleiben wie Almen. Die Predigt hat fallen, hat fallen. Hier hinten ist ein Foto. Ich habe prinzipiell im Papier von Sevilla, immer auch in Wien, habe ich sehr oft gesungen in Wien, den Tenor mit der Gitarre selber begleitet auf der Bühne. Und Frechheit von mir, ich habe im Don Giovanni in Hamburg mich beim Ständchen mit der Mandoline selber begleitet. Das war auch uns schwer, aber weil ich Geige ein bisschen gelernt habe, der Mandolin ist das auch in der selben Sachen. Horst Steiner dirigiert. Und bei der vierten Vorstellung, habe ich mich verspielt. Und da habe ich den ersten Beifall gekriegt. Weiterhin hat das Publikum gemerkt, dass ich das spiele. Und nicht unten im Ding, weil die wollten mir immer die Gage für den Abend, das Orchester hat gesagt, du kriegst doch die Gage, du spielst doch als Musiker da oben. Ich habe gesagt, ihr könnt das versaufen. Und zum ersten Mal dann bemerkt und der Stein ist auf die Bühne und hat gesagt, du Arsch, das spielst du nie wieder. So, da drin, die ist übrigens eh aus Wien, das war meine Bubenlederhose, die Bubenlederhose. Und das ist ein Doktormantel, aber hier haben wir noch eine der Figuren, die in der Fledermaus drin sind. Die Puppenbildnerin oder Massenbildnerin hat mich gemacht. Und da habe ich zu ihr gesagt, machen Sie doch alle. Dann habe ich zum Schenk gesagt, Otti, pass auf, das wäre im Vorspann ganz gut. Und dann hat er das im Vorspann rein. Dann hat sie natürlich eine sehr gute Propaganda gehabt. Und dann hat er das. Bitteschön, wo kauft man allerliebstes Damen-Urchen? Bei Damen-Urchen-Macherchen. Ein Talisman. Ein Sesam, öffne dich. Sie sind also nicht zerheiratet? Schau ich so aus. Spitzknabe! Aber du, Nelligste, wolltest du nicht ein bisschen Ihre Maske lüpfen? Heute nicht. Aber morgen... Morgen kann ich leider nicht. Morgen habe ich andere Surgen. Morgen habe ich eine geheime Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielleicht ich werde auch dabei sein. Wenn ich bloß die Uhr haben könnte als Corpus Delicti. Dieser Anstand, so manierlich, diese Teile fein, dann ziehe ich bunt, das bisschen, das mit bisschen, glühend am Bedeckens und fühlt sich's nur noch im Wort. Wenn doch nicht im Arreste und vor mir süßt, wenn ich aufs Beste, denn dann füssen, statt an Füßen, warte nur zum böse Wicht. Du entgehst der Strafe nicht. Du entgehst der Strafe nicht. Ach, wie leicht kann das entschweben Du sollest, sauber Wicht. Bist du nicht die Maske lieben, die dein Arm fließt mir per höchst? Ach, mein lieber Herr! Das ist nicht unwichtig. Mich hat die bayerische Polizei zum Ehrenkommissar gemacht. Und das ist mir jetzt klar, den kann ich nicht aufsetzen. Aber irgendwann tue ich den ins Auto hinterein und wenn einer aufholt, sage ich, Sie wissen, wer ich bin. Wissen Sie? Oder auf bayerisch. Du weißt ja selber, wer ich bin, Kollege. Bin Ehren. Da ist mein Kappen da drin. Also dann fahr weiter. Das sind so Bücher, wo ich überall, also Bücher im deutschen Sinn, Bücher, nicht im Wiener Sinn, Bücher. Manches Mal ist es ein Bücher, der das schreibt. Wo ich drinnen bin, das meine neueste Ausgabe übersingen. Und hier bin ich wahrscheinlich der einzige Opernsänger, der im Playboy drinnen war vor vielen Jahren. Allerdings nur mit einem Interview und die Dame habe ich nicht kennengelernt. Ein aggressives Buch, warum Richard Wagner in Deutschland verboten werden muss. Da sagen wir, wieso muss der verboten sein? Der Sinn ist, damit die Regisseure nicht mehr die Hakenkreuze machen. Das ist der Sinn. Und dann habe ich das auch in Englisch, Swastikas on Stage, den Wagner gleich als Nazi hingestellt. Das haben Sie vollkommen missverstanden in Amerika. Da sind drin zwei satirische Bücher. Da ist ein Buch in Russisch, was die Übersetzung ist von dem. Und da hinten ist das Licht und Schatten. Und da ist eine neue Einführung in die Kultur- und Kunstökonomie. Das habe ich zusammen geschrieben mit Peter Bendixen, einem sehr berühmten Professor und Kulturphilosophen. Und hier ist das Buch Freispruch für Richard Wagner. Das haben wir auch zusammengeschrieben. Da habe ich gekocht in New York. Da bin ich im Guckbuch, Opera, Metropolitan Opera. Das Kochen ist ja auch so ein bisschen Hobby von Ihnen. Ich habe etliche Male im Fernsehen gekocht. Da ist jetzt, da hinten, ist jetzt ein großes Gemälde von einem Fuchs, aber von 1914, nicht vom Ernst Fuchs. Wo ist er, dessen Sinne, welcher jetzt Volk ist? Wo ist er, der eines Tages im Angesicht alles Volkes in einem Silbermantel stönden wird. Er ist die Willkommen, dass er die stümmende Böse höre, Untertitelung des ZDF, 2020 Salome von 1975, da hat nämlich der Karl Böhm dirigiert und die Stratas war nicht da. Und ich habe das allein aufnehmen müssen. Und dann habe ich mich versungen bei der Tonaufnahme. Und dann hat der Böhm gesagt, sagen Sie, haben Sie das nicht studiert? Und ich sage zu ihm, ich habe das schon studiert, Herr Doktor, aber die Kollegin ist ja nicht da. Eigentlich brauche ich Hilfe, sagt der Böhm zum Konzertmeister. Ja, also da hat er recht, der Weigl. Lieber Weigl, und seit dem Moment war ich der liebe Weigl. Und dann hat er noch zu mir eines Tages gesagt, sagen Sie, lieber Weigl, Sie kennen doch meinen Sohn. Habe ich gesagt, ja. Also Ihnen habe ich nichts zu sagen. Die anderen hat alle geschimpft. Sogar Eberhard Wächter hat er geschimpft. Beim Eberhard Wächter haben wir Cousin gemacht. Und alle haben geschmissen am Anfang. Und dann hat er gesagt, sogar Herr Baron, da haben Sie geschmissen. Da haben Sie geschmissen. Und Eberhard geht vor und dann hat er gesagt, das weiß ich, das schmeiß ich immer. Du wolltest mich nicht deinen Mund kürzen lassen, Johanna. Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist der Originalkopf aus der Verfilmung und ich war in Bayreuth, Tarnhäuser und dann hat der Horand Hohlfeld, der das aufgenommen hat für Unitel, hat den Kopf mitgebracht und lauter Salatblätter drumherum und hat in der Pause durch das ganze Publikum den Kopf durchgetragen. War das immer so, dass man die Audioaufnahmen, den Soundtrack sozusagen getrennt vorher gemacht hat? Ja, kommt davon, wie schwierig dann die Inszenierung war. Weil wenn jemand inszenieren will und man muss das hundertmal singen, das geht nicht. Da zum Beispiel habe ich aufstehen müssen am drei in der Früh, weil wir den ganzen Port gepickt haben dann und so weiter. Da kann man nicht mehr, man kann nicht jeden Tag zehn Stunden singen. Voll singen. Markieren, ja, aber doch nicht voll singen. Sie haben die Salome dann ja auch selbst inszeniert. Wie haben Sie diese Inszenierung angelegt? Der Prophet ist natürlich wie ein Wachturm. Der lässt sich nicht bewegen. Der ist unbeweglich. Aber das Thema war ja ein anderes. Sie will den Mund küssen. Den bekommt sie nicht zunächst. Den Herodes, er will sie ja haben. Den Schleiertanz, der schaut so folgendermaßen bei mir aus. Sie zieht sich nicht nockert aus, sondern sie entledigt sich langsam der Schleier und wickelt den Herodes dabei ein. Der wird unbeweglich ihr verfallen. Jetzt überspringe ich das, sonst wird es zu lang. Der verliert seinen Kopf in der Zisterne unten. Er wird der Salome gebracht auf einer ganz großen Silberplatte. Und jetzt erfüllt sie die Kopulation, indem sie den blutenden Kopf nimmt. Das Blut läuft über ihren Körper runter und sie hat die Erfüllung. Sie hat Sex mit dem, das wollte sie. Nur im Tod geht das. Das ist das. Es geht nur im Tod. Im Grunde genommen ist ja auch dann der Johanan eine Art von Märtyrer. Das habe ich so inszeniert. Welchen Zweck kann Ihrer Meinung nach die Regie bei einem solchen Werk wie Salome erfüllen, den Zuschauern neue Blickwinkel zeigen, sie aus ihrer weltanschaulichen Komfortzone holen? Aber natürlich, ja. Aber positiv. Verärgern darf man sie nicht. Sondern sie müssen verstehen, was gemacht wird. Sie brauchen das Aha-Erlebnis. Und das muss ein Glückerlebnis sein. Ausschüttung der Endorphine zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Leute müssen rausgehen, haben gesagt, so etwas haben wir noch nicht gesehen. Herrlich. Jetzt zehre ich wieder, was ich oft erlebt habe, dass das Publikum sagt, da zehre ich wieder lange davon. Positiv. Und jetzt, heute sehe ich oft, da ärgere ich mich noch monatelang über den Blödsinn. Dann ist es nicht erfüllt. Sie können die schwierigsten, modernen Interpretationen machen. Das habe ich einmal mit Lennotze di Figaro inszeniert gemacht. Ich habe einen Kopf auf die Bühne stellen lassen, ein Kopfgerüst aus Holz. Unten die Ebene, oder die Lippen waren eine Couch. Dort hat die profane Liebe stattgefunden zwischen Figaro und seiner Geliebten. Und im ersten Stock, hinter der Nase, auch sichtbar immer, war das adelige Paar. Und nur er hat immer versucht, auf die Couch herunterzukommen, um die Susanne zu haben. Die Gräfin hatte die Möglichkeit nicht, ihr Vogel ist nicht, die Liebe ist nicht zu ihm geflogen. Die hat einen Vogel von mir gekriegt, einen weißen Daumen. Die hat sich beim Singen immer so bewegt, aber der Vogel ist nicht geflogen. Aber um modern zu bleiben oder etwas Neues zu bringen, der Cherubin hat von mir eine weiße Taube bekommen. Innen drin eine Batterie und die Frügel haben geflattert. Und dann hat sie nicht so viel rennen, sondern der Vogel hat das Laufen gemacht. Und es war immer eine Bewegung auf der Bühne. Ich lege immer Wert, wenn ich, man lässt mich ja nicht so inszenieren, aber ein paar Inszenierungen habe ich trotzdem machen können, dass ich Sänger in ihrem Singen nicht störe durch überflüssige Bewegungen. Also lasse ich etwas bewegen, was die Bewegung ausmachen soll, aber nicht durch ihren Körper selbst. Oh, 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 oh. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht zu. Ich bin nicht der Ein-Welt nicht, ich bin nicht cremiert. Mir nicht, ich bin nicht gut. Ich bin nicht da, ich gerne den Stolz´Drehen, あnibe mir ein Fisch. Und dann bin ich bereit. Ich bin ein Gemüller und dein Brems. Und dann bei der Bühne die Tür verspricht, die Sprecher wieder einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Se mi frastorna, mi sparola, girandola, mi potenzio lei torna. Que mi so voi, io voi, io voi, io voi. Vedrai, vedrai, te lo corpillo, vedrai, te lo corpillo, vedrai, 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 te lo corpillo, netto, netto. Quei tanghiero, quei tanghiero, quei tanghiero, quei tanghiero. Mai tardi, aspettami qua, vado a far binello. Da war ich in Kasachstan, in Kasachstan mit Konzert, das heißt dann immer Bernd Weigl und Masterclass. Sie schreiben, sie sagen Masterclass auf Englisch, aber schreiben es Kyrillisch, das ist interessant, ja. Dort in Kasachstan habe ich an der ABAI-Universität unterrichtet, auch Ökonomie, und habe dort einen Ehrendoktor bekommen. Das ist die italienische Seite, dort Meistersinger an der Mailänder Skala und Salome natürlich auch an der Skala. Viel mehr gemacht, auch Arabella, alles mögliche. Die Matthäuspassion, die wurde bei uns in San Marco, also Teil von der Mailänder Skala, als Theaterstück aufgeführt. Die war ja säkularisiert, die Kirche, die war für Opern und so weiter. Und der Letzte, der drinnen war als Mönch, der hieß wirklich Don Giovanni. Das ist unglaublich. Und wenn ich allein drin war, weil die anderen noch nicht da waren, hinten riesige, riesige Schränke, was weiß ich, vier Meter hoch oder noch, so dicke Schränke, die man da nur mit Kraft aufmachen kann. Und da habe ich natürlich geschaut, was drin ist. Und da waren die ganzen Heiratsdokumente, man muss ja in Italien, musste man zumindest kirchlich heiraten. Die waren da drin und die Stempel dazu. Jetzt habe ich die genommen, mindestens 20, habe sie alle gestempelt und habe die jüdischen Freunde damit verheiratet. Diese Oper ist für mich geschrieben worden, der Wolkenstein, Oswald von Wolkenstein. Der Mitterer hat den Text geschrieben, der Sascha, also Wilfried Hiller, der Komponist in München, hat komponiert. Und der Percy Adlon, der die Filme macht, hat inszeniert. Seit ich sie sah, ist Musik in mir. Ich bin ein grober Klotz und hab nicht sehr viel Glück in meinem Leben. Aber wenn ich singe, dann fühl ich mich ganz leicht wie eine Nachtigall, die schwebt im Blau des Himmels. Dann zersprengt es mir beinahe das Herz vor Glück. Ihr macht mich neugierig, Herr Oswald. Darf ich euch hören? Darf ich euch hören? Darf ich euch hören? Musik Musik Und es wurden nur sechs Aufführungen gemacht in Nürnberg. Dann hat der dortige Direktor der Oper alles zerschlagen lassen, weil wir haben schlechte Kritiken gekriegt, weil wir waren singbar. Und wie hat es dem Publikum gefallen? Rasende Beifälle. Aber die zählen nicht. Die Presse hat es vernichtet, weil es war keine Komposition, sondern es war zum Singen für mich, weil ich wollte es ja singen. Ich will kein verdammter Sänger mehr sein! Ich will nicht mehr! Ich will Glück! Endlich! Ein kleines bisschen Scheißglück! So, das war die Bamberger Symphoniker sowohl in Warschau als auch in Krakau. Und die sind gegründet worden in Prag. In Prag habe ich mehrmals gesungen Kuriositäten. Nämlich ich den Onyegin auf Russisch und die anderen alles auf Tschechisch. Da weiß niemand mehr, wo jemand ist. Das ist absolut. Oder den Lasebnik-Sewilski, der Papier von Sevilla. Ich Italienisch und der Rest auf Bämisch. Und das funktioniert? Ja, aber wie? Das möchte ich nie wieder machen. Ich hätte noch einen Traum gehabt. Altersmäßig jetzt. Und ich nehme an, dass mir das auch nie ein Opernhaus erlauben würde. Ich hätte gern Onyegin, Jevgeni Onyegin inszeniert. Und zwar, für mich ist das Paar Onyegin und Lenski ein homosexuelles Paar. Eindeutig! Denn als Onyegin zunächst einmal mit Tatjana zusammenkommt, sie hat ihm einen Brief geschrieben, dann kanzelt er die so ab, wie nie ein Mann, ein normaler Mann, eine Frau abkanzeln würde. Ich sage es einmal, das klingt nämlich auf Russisch besonders gut. Sie haben mir nämlich geschrieben. Sie sagt er ihr laut. Leugnen Sie nicht ab, dass Sie mir geschrieben haben. So behandelt man niemals eine Frau. Jetzt springe ich zu dem Duell, weil er dann feststellt, dass der Lenski eine Freundin hat. Sein schwuler Freund hat eine Freundin oder Braut oder was weiß ich. Daraus kommt ja das Duell. Im Duell schießt er, trifft den Lenski, schmeißt sich über ihn, reißt ihm das Hemd herunter, trinkt fast sein Blut, schmiert sich das Blut von dem über den Körper selbst und trägt den Sterbenden ihn küssend hinaus. Er hat seinen Geliebsten erschossen. Wiederum eine Strecke Pause. Er kommt am Schluss zu Tatjana nochmal. Die ist mittlerweile zu einer Matrone gewachsen, zu einer mütterlichen Figur. Jetzt wird er dort die Zukunft eigentlich verbringen, weil sein ganzes Leben umsonst war. Er hat gesucht, er hat keiner mehr gefunden wie Lenski. Er kommt jetzt zu dieser Frau, mütterlich, das erfährt man oft, dass Homosexuelle sich gern zu mütterlichen Frauen hingezogen fühlen. Sie gibt ihm einen Korb. Er geht vor an die Rampe. Das muss man so machen, weil es am eindrucksvollsten ist. Und da singt er nämlich Das heißt, ich habe alles falsch gemacht. Vorhang. Das hätte ich gern noch inszeniert. Aber ich bemühe mich nicht mehr drum. Es ist viel zu kompliziert, dann ziehe ich mich lieber zurück. Das heißt, Sie sind sicher kein Vertreter erzkonservativer Inszenierungen, in dem Grunde nichts passiert. Aber es geht Ihnen um eine Psychologie, um eine Personenführung, um eine Regie, die sich aus dem Werk heraus entwickelt, richtig entwickelt. Aus der Partitur, natürlich. Aus der Partitur, natürlich. Un-tig-a-batt-gie. Un-tig-a-batt-gie. Was waren die Gründe dafür, dass Sie letztlich mit dem Inszenieren aufgehört haben? Man fragt mich auch nicht. Sänger heißt es, singe, Sänger rede nicht. Das ist ja schon mit der Veröffentlichung von Büchern. Da gibt es keinen Beitrag in irgendeiner Zeitung und so weiter, Gastbeitrag, dazu komme ich nicht. Oder jetzt bei runden Geburtstagen kommen dann die Interviewer und sagen dann zu mir, haben ihre Eltern auch schon gesungen? Und wann haben sie entdeckt, dass sie Sänger werden? Deswegen gehe ich solche Interviews dann auch aus dem Weg, weil ich das nicht mehr haben will. Ein weiterer wichtiger Grund, dass ich mich zurückgezogen habe, war, ich habe in Tokio noch die Meistersinger von Nürnberg inszenieren dürfen. Natürlich kenne ich das Stück jeden Punkt drin. Und dort war die Inszenierung eine wunderschöne Inszenierung, auch mit neuen Einfällen. Zum Beispiel hat sich der Beckmesser immer auf eine Stehleiter begeben, weil er sich über die anderen hinweggesetzt hat. Und es gab viele solche neue Einfälle. Zum Beispiel die Buben, die da am Anfang im ersten Akt drinnen sind, die spielen Fußball auf der Bühne mit einem Lappenball aus lauter Lappen. Und weil sie sind dann in Bewegung, ja? Sonst stehen sie um einen Hand und singen blöd oder nicht blöd. Und nur, ich wurde am Schluss, und ich war so gefeiert, immer wie Domingo oder Barbarotti in Tokio. Ich wurde unfassbar ausgebucht. Und wusste nicht, dass auch schon in der Vorbereitung, in den Veröffentlichungen drinnen stand, dass es also mit Hitler zusammenhängt, ja? Und dann ist mir von NHK eine Gruppe nachgefahren mit Kameras, bis nach Deutschland, hat mich befragt, warum ich ausgerechnet in Japan so eine Inszenierung gemacht hätte. Und ich weiß, ich habe dann erfahren, warum. Ich habe keine Hakenkreuze auf die Bühne gebracht. Das war der Kritikpunkt. Das war der Kritikpunkt. Und das war auch dann für mich Ende, weil wenn jetzt die Japaner schon anfangen mit Hitler auf der Bühne, dann hat es keinen Sinn mehr. Eine Weltkarriere als Opernsänger, die in zahlreichen Tonaufnahmen und Filmproduktionen gut dokumentiert ist. Sie tragen den Ehrentitel Professor, sind dreifacher Kammersänger und mit unzähligen Auszeichnungen überhäuft. Sie haben sich auch immer aktiv für den Frieden eingesetzt, etwa zum Anlass des 40. Jahrestages der Staatsgründung Israels. Von außen besehen könnte man von einem rundum geglückten Leben sprechen. Wie sehen Sie das selbst? Sind Sie mit dem bisherigen zufrieden? Naja, schon. Ich bin natürlich zufrieden. Das ist ja gar keine Frage. Vielen Leuten würde ich trotzdem diesen Beruf abraten, weil er ist nicht nur anstrengend, sondern wir sind auch von Böswilligkeit umgeben. Das ist so. Oder man ist, wie meine amerikanische Agentin zu mir gesagt hat, Bernd, kommen Sie nach New York, werden Sie Amerikaner, nehmen Sie den ungarischen Mädchennamen Ihrer Mutter an und dann dürfen Sie bei uns auch italienisch singen. Das ist ein Drama, ja. Denn wer dann Wagner singen muss, weil das ein bayerischer Kultusminister mal meinte, es liegt auf der Hand, dass die Deutschen das deutsche Repertoire singen müssen, dann geht er davon aus, dass es eine deutsche Rasse gibt. Sowas blöds, ja. Deutsche Rasse geben muss von lauter Schwerstatleten. Denn diese Opern sind Schwerathletik-Opern, ja. Und die Leichtathletik dürfen alle andere machen. Und ich bin jetzt sehr sarkastisch, dass auch bei der Olympiade die Deutschen nur als Gewichtheber und Hammerwerfer teilnehmen dürfen und nicht als 100-Meter-Läufer oder Hochspringer. Nicht wahr? So blöd. Die Kunst muss ohne Nationalität allen zugänglich sein, allen Sängern, wenn sie gut sind. Aber wenn es Gesetze gibt wie in Amerika, jetzt haben wir wieder die neuen Gesetze in Amerika, Amerika first, ja. Da kann ich mich erinnern, als Gorbatschow und Reagan vor vielen Jahren nicht zu Rande kamen in Reykjavik, dann hat die Metropolitan-Oper eigentlich dann keine russischen Sänger mehr eingeladen. Ja. Was haben die russischen Sänger damit zu tun? Na, man muss es trennen hier. Künstler bitte müssen international handeln dürfen und sich geben dürfen, sich schenken dürfen und nicht einer Nationalität zugeordnet sein. Das geht nicht. Übrigens habe ich zwei Nationalitäten. Ich bin deutscher Staatsbürger und Bruno Kreisky hat mir ja noch die österreichische dazu gegeben. Und wie gesagt, ich bin Doppelstaatsbürger. Es lebt sich gut damit. Es lebt sich auch gut damit, ja. Und wie gesagt, ich bin Doppelstaatsbürger. Schon gern nicht immer. Sorgen montage zu seinen Johan values. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020